Moin zusammen, ich bin auf dem Weg zur Eisdiele und kauf jetzt erstmal 30 Eis ein. Die sind für das Bodelschwinghaus in Delwig. Da ist meine Oma in der Senioren-WG und die kümmern sich wirklich super darum, die Leute. Und da die Damen und Herren jetzt schon seit Wochen da festsitzen, habe ich gedacht, ich bringe ein bisschen Frühling ins Seniorenzentrum und spendiere allen ein Eis, inklusive der Pflegekräfte, für die ganze Arbeit, die sie da haben. Also mal auf zur Eisdiele. Mahlzeit. Ich hätte gern 30 Eisbecher. Ja. Nimmst das jetzt auch? Ja, das nehme ich auch. Kannst du das zum Mitnehmen? Ja, zum Mitnehmen. Okay, dann machen wir das eben fix fertig. Alles klar. Kleinen Moment, dauert es. Komm rein. Ich habe Zeit, alles klar. kapell len. Ich hatte Arbeit. Aus als 7-Jr-Left-Dramatik,ati Sperte. komm. 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 Bis zum nächsten Mal.